Wir haben beim X-Wagen sehr viel Wert auf eine nachhaltige und umweltschonende Produktionsweise gelegt. Zum Beispiel bei unseren neuen Fahrgastsitzen, die aus hochwertigem Schichtholz bestehen. Unter anderem besteht der Zug zu 90% aus recycelbarem Material. Obendrein ist der X-Wagen ein echter Wiener. Er wird in Wien in Simmering im Werk von Siemens gefertigt und ein Großteil der Wertschöpfung bleibt innerhalb von Wien und der EU. Energieeffizienz war auch ein wichtiges Thema, wodurch wir energiesparende LEDs im Fahrgastraum verwenden, die auch dimmbar sind und sich somit auf die äußeren Lichtverhältnisse des Zuges anpassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017